Wenn der aktuelle Intendant weiter liefert, warum nicht? Arjomor Diavouzi, Winterneuzugang bei der Spielvereinigung und Siegtorschütze beim irren Comeback in Osnabrück. Steht erstmals in der Startelf. Er steht erstmals an der Seitenlinie bei den Zwickauern. Ronny Thielemann soll den FSV reanimieren. Man steckt so tief im Abstiegskampf und ziemlich tief im Matsch heute. Es hat heftig geschneit in Oberfranken, aber die Schneeballschlacht macht richtig Spaß. 33. Lattaja, super durchgesteckt. Zwickau hat Nollenberger, Ziereis, Bayreuth führt. Der erste Punch im engen Keller. Für Thomas Kleine. Sechs Teams trennen vor diesem Spieltag mickrige drei Pünktchen. Ein ganz feiner Ball von Lattaja macht es möglich. Nollenberger macht es richtig und Ziereis macht ihn rein. Zwei Spiele in Folge, Zwickau kein Tor gemacht. Scheint aber alles kein Thema, trotz Rückstand. Kommiss, sehr gutes Spiel bis hierher. Dann Möker, der tankt. Wenn der aktuelle Intendant weiter liefert, warum nicht? Ajamont Diavouzi, Winterneuzugang bei der Spielvereinigung und Siegtorschütze beim irren Comeback in Osnabrück. Steht erstmals in der Startelf. Er steht erstmals an der Seitenlinie bei den Zwickauern. Ronny Thielemann soll den FSV reanimieren. Man steckt so tief im Abstiegskampf und ziemlich tief im Matsch heute. Es hat heftig geschneit in Oberfranken, aber die Schneeballschlacht macht richtig Spaß. Das war das 33. Latteier, super durchgesteckt. Nollenberger, Ziereis, Bayreuth führt. Der erste Punch im engen Keller. Für Thomas Kleine. Sechs Teams trennen vor diesem Spieltag mickrige drei Pünktchen. Ein ganz feiner Ball von Latteier macht es möglich. Nollenberger macht es richtig und Ziereis macht ihn rein. Zwei Spiele in Folge, Zwickau kein Tor gemacht. Scheint aber alles kein Thema, trotz Rückstand. Gommes, sehr gutes Spiel bisher. Dann Möker, der tankt sich durch und beliefert Baumann. Das 1 zu 1. Die direkte Antwort der Zwickauer. Sechstes Saisontor für Dominik Baumann. Und der Ausgleich ist verdient. Feiner Chip von Möker. Den Rest regelt Baumann. Wetter wird immer schlechter, das Spiel immer besser, immer furioser. Eichinger auf Vogt. Kolbe rettet. Es ist ein wildes 1 zu 1. Eichinger auf dem Platz zur Pause. Erstmals seit dem vierten Spieltag stehen die Oberfranken nicht auf einem Abstiegsplatz. Die sind momentan einfach stabil. 58. Diavusi, wieder sehr verhaltensauffällig. Dann Ziereis. Einmal. Zweimal. Zeynulau. Bayreuth wieder vorne. Zeynulau. Die Abusi dreht von Schröter ein. Ziereis lässt einfach nicht locker. Und Zeynulau hat den Rebound. Das Thielemann-Debüt ist droht zu floppen. Und das arbeitet im ehemaligen Bundesliga-Profi für die Hansa und Cottbus. Bayreuth arbeitet an der Entscheidung. 70. Ecke Zeynulau. Der ist immer mittendrin, wenn es gefährlich wird. Und das ist ein ganz feines Näschen von Trainer Thomas Kleine. Fenninger, erst seit knapp fünf Minuten auf dem Platz, trifft im dritten Spiel in Folge. Mittlerweile scheint die Sonne. Und das scheint Bayreuth richtig zu schmecken. Zeynulau. Prächtige Idee. Jokka Hemmerich super vorbei an Löhmannsröben. Hemmerich 4 zu 1. Bayreuth entwickelt sich in diesen Wochen auch spielerisch immer besser. Eine der harmlosesten Offensiven. Heute richtig furios. Aber es ist noch nicht vorbei. Zwickau schüttelt sich kurz und mischt wieder mit. 83. Minute. So ein bisschen Gedaddel und dann Baumann wühlt sich durch und verkürzt. Doppelpack für Dominik Baumann. Sieben Minuten bleiben den Gästen noch. Starke Drehung mit Ball, nachdem Bayreuth das hier alles nicht so richtig in den Griff bekommt. So ein bisschen Leben steckt noch drin beim FSV. Bayreuth fängt das Wackeln an. Von Schröter. Klar, einfach lang vorne rein. Schneider 3 zu 4. Ist das irre? Der eingewechselte Schneider macht hier alles wieder möglich. Bayreuth kassiert Gegentor Nummer 44. Eine Horrorbilanz. Und jetzt droht hier der Horrorzusammenbruch. Aber mitten rein in die Aufholjagd platzt Carrera. Der Innenverteidiger kassiert zurecht für dieses Foul. Gelb-Rot. Bayreuth, einer mehr. Atmet mit diesem Freistoß mal kurz durch. Und dann steckt Zwickau. Und dann geht Zwickau. In die Beine von Weber. Und Rumps. Game over. Felix Weber mit dem sage-und-schreibe. 5 zu 3. Eine absolute Fackel. Vermiest die Thielemann Premiere. Die Jungs haben es auch dann noch versucht. Nach dem 4-1 haben wir dann noch 2 Tore geschossen. Wenn wir das 5. Tor nicht bekommen, könnte es noch bis zum Ende eng werden. Aber leider haben wir dann diese Fehler nicht abstellen können. So schnappt sich Bayreuth die ganz dicken Punkte. Gewinnt erstmals in dieser Saison 2 Spiele in Folge. Die Bayreuther Festspiele sind offiziell verlängert.